Hallo, hallo, jo, 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 heute wird zweimal gespielt, jetzt haben wir in dem neuen Patch, jetzt kann man zusammen überleben. Übel, oder? Oh, mein Charakter-Level-Kollege. Ich will 20 Jake schon. 30? Ah, Julia? Ich hab schon. Ah, okay, ja, ich packe ein bisschen rum, ja, wir müssen... ...sucht zwar gerade, aber... ...gerat noch, vielleicht, ja, nichts von der Normalei bei dem machen. Spatert noch ein bisschen rum, aber sonst ist echt Bock. Hoffentlich. Alles ging jetzt schnell, siehste. Zu viert haben wir, glaub ich, wirklich über 10 Minuten gesucht und nichts gefunden. Fail. Passt ja, jetzt fehlt dir noch einer von den Überlebenden. Ach so. Mhm. Genau. Jetzt warten wir noch auf dem Killer und haben noch einen vierten random Überlebenden. Aha. Ja, und wie ist das, kann man, wenn man denn Gruppe ist, kann man denn auch, ähm... ...beispielsweise, wenn es eine Vierergruppe ist, drei von der Gruppe machen, dann Überlebender und einer Killer? So, nee, nee, das kannst du ja nur in Private machen, das geht nur mit Überlebenden. Ah, okay, okay. Okay. Bitte. Okay, jetzt, juhu. Erstmal paar Haken sabotieren. Bin mal gespannt, welche Karte. Mhm, gucken muss er da. Mhm. Also, haben wir viel Nebel, auf jeden Fall schon mal gut. Ja. Ja. Ja, ich bin einfach am Boden schaue, entweder Trapper, wenn du Glocken hast, Rav, ja. Echt? Was? Ok, okay. Ok, muss ich nicht. viel nebel geile manchmal nicht also es fallen leger kann ich ein paar fallen sabotieren auch gut größer zum haus oder wie schon eine andere trocken ich bin aus wohl ich habe ein ganz leises herzlaufen also nicht sehe ich nichts ich sehe das im haus drin oben der killer oder wie jaja jetzt sind er hat mich nicht gesehen ich muss ein paar haken ich muss ein paar haken sabotieren ne sabotiert ein paar fallen noch ein paar haken ja ich renne hier grad nein dich gesehen ok ja klar das wird glaub nix sind alle haken dran ne ja hälfte hat noch gefehlt ja das klappt nicht immer aber ja kann ich probieren also herzrasen ist bei mir weg mir auch kommt er wieder jetzt zeige ich mir ja es kommt schau boah alter piv ich kann mal hier geht es weiter nicht hier laufen nicht hier laufen nicht hier laufen nicht zu uns laufen nicht zu uns laufen danke Ja, wo seid ihr? Ah, da hinten. Ich leg grad, ich mach grad nen Haken am Arsch. Komm gleich. Okay. So, ein Haken schon mal down. Erschreck mich nicht. Oh, scheiße. Hinten, befall mich schnell, komm her. Pivi, oh Pivi, oh Pivi, schnell. Mich auch wieder frei, mich auch frei. Ach, ich bin frei. So, jetzt. Weg hier, weg hier, weg hier. Ich heile schnell, ich hab Künstliche Kassel, ich heile schnell. Bleib stehen, Pivi, ich heile schnell. Ich will auch noch grad heilen dann. Ja, hol den. Der will dich selber befreien, der ist halt tot, so gut wie. Okay. Ein paar Haken am Arsch mal, zumindest, dass wir uns freiwilligen können. Den hier, er kommt zu uns, er kommt zu uns. Wieder weg. Nein. Bleib da, Kassel, pass, pass. Kio, ich bin nicht in der Nähe. Egal, bleib weg. Eine Range. Ich bin raus, ich bin raus. Keine Ahnung, zum Haus komme ich muss, ich brauche einen Heel. Was, was, was? Keine Ahnung, ins Haus komme, ich brauche einen Heel. Okay, und welches? Hier ist einer, hier ist einer. Komm her, komm her. Lass mich schnell heilen. Lass uns dann gerade den Generator da machen. Mhm. Danke. Ja, so. So. So, sehr nice, sehr nice. Gerade noch Generator. Achtung. Fuck. Schön. Nein, ey. Macht einfach die Generatoren fertig, lasst mich einfach. Würde ich frei zu regeln. Oh, ich glaube, du gissst den Keller, oder? Oh, scheiße. Ja, schön. Lauf, 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 lauf. Schön frei gewiggelt. Geil. Jo. Generator ist fertig. Gut wie. Jo. Probier noch ein paar Haken am Arsch zu machen. Ich bin weg, Freunde. Passt schon, passt schon. Hm. Jo, ich mach gerade noch ein Haken am Arsch. Ich bin weg. Geh zum Haus. Nee. Die Laufeln zum Haus. Ja. Geh zum Haus wieder. So, nächster Haken kaputt vom Killer. Killer immer noch beim Haus. Ja, ich weiß. Ja, zu spät gesagt, sorry. Egal, renn einfach, ich versuche, mich irgendwie wegzukriechen. Ich probiere, ich weiß nicht, dass ich... Wissen Sie, wo bist du? Äh, am Ausgang. Einen von denen. An dem Haus. Lauf weg, bin noch weg, bin noch weg. Schau. Lauf durch heinen. Boop! Jukt! Unter mir, Herr. Er kommt ins Haus. keine ahnung spielen gerade katz und maus sehen und sehr direkt am ausgang bei dem haus da wo denn er gerade den killer da versucht irgendwie wegzutreiben ich bin an dem ausgang und sehe ich nicht nebendran neben dran an der mauer im gras im hohen gras jetzt bist du über mich drüber was ich weiß was ich wollte nur ich hab sie können ich hab sie sorry okay aber noch folgehalt perfekt danke ich mache ich mal auf wir kommen gleich ich mache ich mal auf probieren zu helfen sein natürlich schon auf hier ja ja wir kommen ich dachte gerade warum sieht der ausgang bei mir so komisch aus sie aber ich muss wenige punkte wahrscheinlich wurde ja ich habe fast doppelt punkte bekommen ist mein rang scheiße punkt da habe ich war 18.000 aber mir geht es eigentlich von der punkte zahl her du kannst doppelt ja haben kannst ja mädchen fünf sechs mal haben zum beispiel eben das ist ja stapel aber in deinem in deiner ausstattung egal mal schnell ein dann bin ich kurz auf eins und zwei und 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 irgendwie stehst du in der gruppe aber ich irgendwie nicht Ah, okay. Ja, das ist halt, wenn man anders arbeitet. Ich schon. Wer? Keine Ahnung, der hat nur gesagt, da ist eine Minute Afka. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Geht's. Ich leg mal meine Toolbox weg, die ist mir zu schade. Ah, fuck. Ich muss vielleicht meine Box weglegen, hoffentlich findet er nichts. Ja. Nein, das gibt's noch nicht. Aber wenn ich meine Toolbox weglegen will, findet er das gleiche Spiel. Das kann ich rausmachen, stimmt ja. So, Toolbox raus. Okay, perfekt. Ja, übel. Ja, ich seh's schon, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, wie, man, sehr lustig. Oh. Irgendwas muss man ja machen, um sich die Zeit zu verkürzen. Nicht nur du, ich mag ihn auch nicht. Wer? Die bitte was? Hä? Da, wo so fett fallen oder was Es kommt eh bald ein neuer Killer raus, auf jeden Fall Ja, weil das stelle ich mir eher schwierig vor Das macht ja aber keinen Sinn Für das Spiel, Pivi Na, ich weiß nicht Ja, vor allen Dingen Du müsstest dann eine Zeitzone haben, wo es dann begrenzt ist Weißt du, wie ich mein? So sagen, so fünf Minuten Abklingzeit Ja So, ich hab zumindest nebel mal aufgeopfert Ja klar, aber dann ist ja die Chance schon höher Deswegen diese Abklingzeit Dass er nur jede fünf Minuten das machen kann Oder so Juden schon betrieben, aber ja Keine Fallen auf dem Boden Das ist, glaube ich, weder Rave oder Hillbilly Kennen sie ja, das ist so brutal, so P Naja, ich weiß Ich bin's nicht Hab ich gefunden Ja, ja Verarscht Verarscht Renn, renn Noch hier auch ist Soll ich gehört Welcher Killer denn? Oh, ne Kiste, ne Kiste, ne Kiste, ne Kiste Oh, okay Keine Ahnung Oh, okay Oh, okay Brichst du grad vor mir, Pipi, oder? Falsche Richtung, ey Jokes Jokes, jokes, jokes Oh, ich hab ihn gestunnt Nein, ich hab noch gestunnt So ein Dreck, ey Mir läuft heute überhaupt nicht Wir kommen zu mir in die Nähe Ähm Hilfe Falle vor mir, Achtung Das ist ne gute Frage Wo bin ich? Bei dem Haus irgendwo in der Nähe Wer immer da versteckt Komm, 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 komm Er ist weg Das ist ne Falle Achtung, ne Falle Ne Falle Probier ich zu uns schärfen Das schon mal Jaja Schaut doch so Können wir schnell heilen? Können wir schnell heilen? Können wir nach hinten gehen? Oh, das ist ne Nähe Das ist ne Nähe Das ist ne Nähe Das ist ne Nähe Das war hinten Achtung Lauf, 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 lauf Kann man dir helfen? Nicht in peinrichtung Lauf, 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 lauf Das ist ne Das ist ne Das ist ne Das ist ne Du bist tot, kann es sein? Nein! Kampf, 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 Kampf! Ja, jetzt kann ich nicht mehr reiten, sorry. Brauchte ein Heal, ist jemand in der Nähe? Ähm, warte. Ich bin dort bei dem kleinen Hügel. Ja, ich mach kurz hier den Haken weg, schnell. Ja. Ja. Eben nicht. Ich weiß. Komm! Knapp, knapp, knapp! Bin auf dem Weg! Wir können noch heilen, dass wir noch extra Punkte bekommen, oder? Ah ja, perfekt. Ich bin da auch noch gerade heilen, gibt auch noch Punkte. Jo! Perfekt! Zweimal gerettet, ey! Schade, ey! Schade, ey! Das erste Mal war's Schöne, ja, weil... beim ersten Mal nicht, da hab ich halt grad noch gefreut, dass du beim Haken warst. ... Neue Runde! Eine geht noch. Fünf vorst doch! Fünf vorst doch! Fünf, fahr' doch!